Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns den SQL Server Ausführungsplan, auch Query Execution Plan genannt, näher an. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Ein SQL Server Ausführungsplan ist nützlich, um Performance Probleme bei Abfragen zu untersuchen. Datenbankentwickler erhalten häufig Support Tickets oder es beschweren sich auch Benutzer, dass beispielsweise SQL Abfragen langsamer ausgeführt werden als gewohnt. Abfrageergebnisse, die früher zwei oder drei Minuten gedauert haben, benötigen plötzlich mehr als 30 Minuten. Die Fehlerbehebung kann die Untersuchung von Bereichen wie Server Ressourcen, CPU, Arbeitsspeicher, Statistiken, Festplattenleistungen, Blockierungen, Deadlocks und Indizes erfordern. Heute konzentrieren wir uns auf die Rolle des SQL Server Ausführungsplans bei der Suche nach einer Lösung von Performance Problemen. Sehen wir uns an, was passiert, wenn eine SQL Abfrage mit TSQL am SQL Server ausgeführt wird. Aus der Sicht des Benutzers macht das natürlich keinen Unterschied. Benutzer erwarten ja, dass sie schnell genaue Ergebnisse erhalten. Egal ob sie Datenbank abfragen oder das Internet durchsuchen. Dennoch ist es wichtig, die einzelnen Schritte zu verstehen, wie eine SQL Abfrage von einem SQL Server interpretiert bzw. ausgeführt wird. Als erstes beginnt der Benutzer, sich am SQL Server zu authentifizieren und führt eine SQL Abfrage an einer Client Anbindung aus. Das kann jetzt beispielsweise der SQL Server Management Studio sein. Als nächstes kommen wir zum Parser und zwar dieser analysiert die SQL Abfrage und sucht nach Syntax Fehlern. Anschließend sind wir beim Algebraizer. Dieser interpretiert die Abfrage und sucht nach alle Objekte, Tabellen, Spalten, die diese Abfrage beinhaltet und löst diese auf. Es führt auch eine Prüfung der Spalten-Datentypen durch. Bei Problemen wird ein Fehler zurückgegeben und schließlich generiert dieser Algebraizer einen Abfrageplan für diese Abfrage. Wenn bereits einer vorhanden ist, verwendet der SQL Server diesen zwischengespeicherten Plan und führt die SQL Abfrage anhand von diesem aus. Als nächstes kommen wir zum Optimizer und zwar wenn kein Plan vorhanden ist oder der Plan veraltet ist, führt der Abfrageoptimierer, der Optimizer eine vollständige kostenbasierte Optimierung mit Hilfe von Statistiken, Abfrageprozess, Bäumen und Einschränkungen durch. Basierend auf diesen Eingaben bereitet es den kostenbesten SQL Server Ausführungsplan vor. Zu guter Letzt im Execution wird nun diese SQL Abfrage anhand dem Ausführungsplan ausgeführt und liefert schließlich das Ergebnis zurück. Wie ihr seht sind diese einzelnen Schritte aufbauend dazu zuständig, wie eine SQL Abfrage am SQL Server ausgeführt wird. Nun mit diesem Hintergrundwissen können wir uns nun mit den Ausführungsplänen näher beschäftigen. Und zwar stellt der SQL Server einen geschätzten und einen tatsächlichen Ausführungsplan für uns bereit. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Reparatur eines Autos. Ein Mechaniker prüft das Fahrzeug, dann wird ein Kostenvoranschlag erstellt auf Basis der Anforderungen, dem Fahrzeugzustand und dem ungefähren Zeit- und Materialaufwand, den der Mechaniker für die Reparatur erwartet. Natürlich können die tatsächlichen Kosten und der tatsächliche Zeitaufwand voneinander abweichen. Ebenso wie bei der geschätzten und tatsächlichen Ausführungspläne beim SQL Server. Sehen wir uns nun den geschätzten Ausführungsplan am SQL Server an. Und zwar haben wir auf der AdventureWorks Datenbank viele Tabellen und ich werde eine Abfrage für diese Anzeige von diesem geschätzten Ausführungsplan erstellen. Dazu suche ich mir zwei Tabellen aus und zwar die SalesOrderDetail und die SalesOrderHeader und werde eine Abfrage auf Basis dessen erstellen. Und zwar möchte ich nun die Detail mit der Header verknüpfen. Diese sind mit einem SalesOrderID Schlüssel miteinander verknüpft. Nun habe ich meine Abfrage und möchte diese auch noch um einen Status einschränken. Nun haben wir eine exemplarische Abfrage, von dieser wir nun den geschätzten Ausführungsplan wissen wollen. Dazu gehen wir in das Menü Query oder Abfragen und haben die Möglichkeit auch mit STRG L den Display Estimated Execution Plan uns anzeigen zu lassen. Wenn ich das nun aktiviert habe, wird die SQL Abfrage nicht ausgeführt, sondern wir rufen lediglich den gespeicherten und geschätzten Ausführungsplan für diese Abfrage ab. Nun sehen wir uns auch den tatsächlichen Ausführungsplan näher an. Und zwar kann ja dieser von dem geschätzten abweichen. Dazu wechsle ich wieder in das Menü und inkludiere Actual Execution Plan. Nachdem ich das nun aktiviert habe und die Abfrage ausführe, erhalte ich nun den tatsächlich verwendeten Execution Plan. Allgemein sei gesagt, dass die einzelnen Operatoren als Symbole angezeigt werden. Wie hier zu sehen, einmal das Merge Join, einmal das Select, einmal der Filter und so weiter. Es ist auch so, dass jeder dieser Objekte dazu bestimmt ist, eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Der Abfrageoptimierer in SQL Server kann beispielsweise einen Tabellen-Scan oder einen Index-Scan und einen Suchlauf durchführen. Beispielsweise sieht man das hier. Hier wird ein Clustered Index-Scan durchgeführt. Nun ist es auch so, dass ich mir die prozentualen Kosten mir anzeigen kann in dieser Grafik. Und zwar sehe ich, dass für diesen Ausführungsplan 27% der Kosten auf die Abfrage der Sales Order Header fallen. Und das ist auch interessant, denn es werden deutlich mehr Kosten bei der Abfrage der Sales Order Detail mit 53% bemessen. Nun ein weiteres Darstellungssymbol ist der Datenflusspfeil. Und zwar Pfeile verbinden die einzelnen Operatoren, wobei die Breite die Anzahl der Datenzeilen widerspiegelt, die sich von einem Operator zum nächsten bewegen. Wie man hier sehen kann, bewegen sich deutlich mehrere Datensätze von dieser Abfrage. Und zwar sind es in diesem Fall 121.000 Datensätze, die sozusagen aus dieser Abfrage, aus diesem Operator in die nächste logische Operation übergeführt werden. Des Weiteren gibt es noch Kurzinformationen oder Detailinformationen zu jedem dieser einzelnen Operatoren, um noch mehr Aufschluss in dieser Abfrage zu erhalten. Beispielsweise, wenn ich den Cursor nun über diesen Operator stelle, erhalte ich nun viele Details und zwar zum Beispiel die estimated CPU Kosten, was an CPU sozusagen beansprucht wird und viele weitere Informationen, die nützlich sein können bei der Analyse von SQL-Abfahren hinsichtlich Verbesserungen der Performance und auch um zu verstehen, wie etwas ausgeführt wird. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video das Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg! 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 Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!